Mein Impuls für dich ist, sage Ja zum Leben und wenn du Ja zum Leben sagst und dann in dich hineinhorchst, dann hörst du auch, was dein Herz dir sagen möchte, wo eigentlich dein Weg ist. Und wenn du deinem Herzen folgst, dann führt es dich auch zum Erfolg. Und da wirst du auch manchmal merken, dass du etwas vorhast, aber du merkst, da ist kein Nein, aber es ist auch noch kein Ja. Und dann ist es vielleicht noch nicht die richtige Zeit oder aber da fehlt noch eine Information. Das ist noch nicht rund, das ist noch nicht fertig. Trau dem einfach. Mir ging es jetzt genauso. Und jetzt, heute habe ich dieses Gefühl, jetzt darf ich es umsetzen. Und das wirst du noch hören, denn ab 1.5. gibt es von mir was Neues. Liebe Grüße. weiß ich ganz prima. Vielen Dank!